Die tragische Affäre und Krankheit, die Vivian Lee tötete Vivian Lee war eine britische Schauspielerin, die nach wie vor am besten für ihre Auftritte in den klassischen Filmen vom Winde verweht und das Streetcar Named Desire bekannt ist. Sie trat jedoch auch in vielen anderen Rollen und auf der Bühne auf. Zusätzlich zu ihrem Vermächtnis als Schauspielerin ist Vivian für ihre heiße Beziehung zu ihrem Schauspielkollegen Laurence Olivier bekannt. Die beiden waren im Laufe ihres Lebens verheiratet und geschieden, aber ihre Beziehung begann als außereheliche Affäre. Während sich Vivian im Shakespeare Theater einen Namen machte, versuchte ein amerikanischer Regisseur namens George Gokor eine Schauspielerin zu finden, die perfekt geeignet war, um die Rolle von Scarlett O'Hara in seiner Adoption von Vom Winde verweht zu spielen. Viele beliebte Schauspielerinnen der damaligen Zeit wetteiferten um die Rolle, darunter bemerkenswerte Persönlichkeiten wie Bette Davis und Catherine Hepburn. Trotz der Beharrlichkeit dieser Stars war George ebenso beharrlich. Die Rolle musste an jemanden vergeben werden, der nicht auf Starpower basiert, sondern auf seiner Fähigkeit, die Rolle voll auszufüllen. Vivian machte gerade Urlaub in Amerika und sprach aus seiner Laune heraus vor. George war hin und weg und Vivian wurde gecastet. Vom Winde verweht war einer der meisten erwarteten Filme seiner Zeit und viele Fans des Buches waren skeptisch gegenüber der relativ unbekannten Vivian, die Scarlett O'Hara spielte. Obwohl Vivian durch ihre Schauspielerei in England viel Anerkennung erlangt hatte, hatte sie in Amerika fast keine. Trotz dieser anfänglichen Skepsis konnten nur wenige im Publikum George's Besetzungswahl widersprechen. Nach der Premiere des Films wurde der Film seinem Hype gerecht und wurde ein Riesenerfolg. Einer der beliebtesten Aspekte des Films war Vivians Auftritt. Sie wurde aufgrund ihrer Leistung als Scarlett O'Hara über Nacht zu einer Sensation. Der Film erhielt dabei 13 Oscar-Nominierungen und erlangte 8 Siege. Unter diesen 8 Siegen war ein Sieg als beste Hauptdarstellerin für Vivian. Kurz nach dem Erfolg vom Winde verweht, ließen sich sowohl Vivian als auch Lawrence von ihren jeweiligen Ehepartnern scheiden und beschlossen, ihre Beziehung offiziell zu machen. Sie schlossen den Bund fürs Leben und wurden zu einem der mächtigsten Paare der Branche. Während es so aussehen mag, als wäre diese Zeit in Vivians Leben ein gewaltiger Sieg gewesen, gab es hinter den Kulissen Probleme, die ihre Süche verwüsteten. Obwohl sie anscheinend alles bekommen hatte, was sie sich jemals gewünscht hatte, litt sie auch in einer bipolaren Störung und einer manischen Depression. Obwohl es den Anschein haben mag, dass Vivian Lee und Lawrence Olivier endlich ihr märchenhaftes Ende erreicht hatten, begann Vivians mentale Aufruhr, ihre Beziehung fast sofort zu verschlechtern. Dies führte dazu, dass die beiden zwischen den Filmen sporadisch Pausen einlegen mussten, die sich oft über mehrere Jahre erstreckten, damit Vivian sich geistig erholen konnte. 1944 probte Vivian für ein Stück, in dem sie neben Lawrence auftreten sollte, als sie versehentlich stürzte. Sie war zu diesem Zeitpunkt schwanger und der Vorfall führte zu einer Fehlgeburt. Dieses Ereignis hatte drastische Auswirkungen auf die Schauspielerin, da sie allmählich psychisch instabiler wurde. Zusätzlich zu ihren wiederkehrenden psychischen Problemen trat ein neues Atemwegsproblem auf. Dies wurde schließlich als Tuberkulose diagnostiziert. Vivian litt in den 40er Jahren und fügte ihrer persönlichen Karriere und ihrem Ruf einigen Schaden zu. Eine Londoner Produktion von einer Streetcar named Desire aus dem Jahr 1949 erwies sich jedoch als genau das, was sie brauchte, um ihren Ruhm wiederzuerlangen. Aufgrund ihres Prestiges und ihres Talents hatte Vivian es leicht, die Rolle der Blanche Dubois zu übernehmen. Ihr Auftritt in dem Stück war ein so großer Erfolg, dass sie anschließend besetzt wurde, um dieselbe Rolle in der Verfilmung neben Marlon Brando zu spielen. Diese Verfilmung brachte Vivian ihren zweiten Oscar als beste Hauptdarstellerin ein und viele behaupten, es sei eine noch kraftvollere Leistung als die, die sie in Vom Winde verweht abgeliefert hat. Viele Fans haben spekuliert, dass Vivians Leistung als Blanche auf ihren Kämpfen mit psychischen Erkrankungen beruhte. Blanche war nämlich eine Figur mit einer ähnlich geschädigten Psyche und Vivian schien ihre eigenen persönlichen Erfahrungen zu kanalisieren, während sie die Figur spielte. Obwohl einige glauben, dass diese Aufführung therapeutisch gewesen sein könnte, drückte Vivian ihre Zeit bei der Aufführung so aus, dass Blanche eine nachhaltige Wirkung auf ihren Geist hatte. Kurz nach ihrem erfolgreichen Auftritt in der Streetcar named Desire erhielt sie weitere Anerkennung, als sie an der Seite ihres Mannes in zwei Theaterstücken auftrat. Einer davon war Shakespeare's Antonius und Cleopatra. Der andere war George Bernard Shaw's Caesar und Cleopatra. Obwohl beide Produktionen gigantische Kritikerfolge waren, hielt die Ehe von Vivian und Lawrence aufgrund der zunehmenden Unruhe zu Hause nicht mehr lange. Vivian erlitt 1953 eine zweite Fehlgeburt, die dazu führte, dass sie schlimmer denn je zusammenbrach. Sie sollte in einem Film namens Elephant Walk auftreten, musste aber wegen ihrer zunehmenden psychischen Probleme abbrechen. Als ihre Krämpfe schlimmer wurden, verschlechterte sich auch ihre Beziehung zu Lawrence. 1960 ließen sich die beiden scheiden. Lawrence fand schließlich eine neue Frau und gründete eine Familie, während Vivian eine neue Romanze mit einem jungen Bühnenschauspieler namens Jack Merrivel fand. Dieses neue Leben verjüngte sie leicht und sie spielte in den restlichen 60er Jahren in einer Reihe erfolgreiche Rollen. 1963 gewann sie für ihre Leistung in der musikalischen Adaption von Toveridge einen Tony Award. Ein paar Jahre später war sie in dem Film Ship of Fools zu sehen, der zwei Oscars gewann. Vivian sollte dann eigentlich mit den Proben für eine Londoner Produktion des Stücks A Delicate Balance aus dem Jahr 1967 beginnen. Bis die Tuberkulose, die sie zuvor heimgesucht hatte, zu ernst wurde, als dass sie sie ignorieren konnte. Sie starb am 8. Juli 1967 mit nur 53 Jahren. Als Tribut verdunkelte das Londoner Theaterviertel für eine Stunde alle Lichter. Lawrence Olivier starb viele Jahre später, am 11. Juli 1989 im Alter von 82 Jahren. Obwohl Lawrence nach der Scheidung von Vivian wieder heiratete, ließ er sie nie von seinem Herzen gehen. Diejenigen, die ihn am nächsten standen, haben sich daran erinnert, wie er in seinen letzten Jahren einige seiner und Vivians alten Filmauftritte mit Tränen in den Augen gesehen hatte. Jetzt ist es an der Zeit, wieder von ihnen zu hören. Kommentieren sie unten, um zu teilen, was ihre Lieblingsleistung von jedem dieser klassischen Stars war. Oder wenn sie der Meinung sind, dass die beiden sich viel Mühe hätten geben sollen, damit es außerhalb des Bildschirms funktioniert. Und bevor sie gehen, vergewissern sie sich, dass sie diesem Video ein Like geben und unseren Kanal abonnieren. Und wenn sie es noch nicht getan haben, klicken sie bitte auf das Glockensymbol, um über all unsere neuesten Inhalte auf dem Laufenden zu bleiben. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören und bis zum nächsten Mal.